Okay Das ist jetzt sehr kritisch gewesen Ja, komm Tschüss, nee Will ich nicht So Auf jeden Fall sehr interessant Alles hier Ja, definitiv so wollte ich das Haben wir hier zwei Erz nebeneinander Überall die Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Männer Ja So viel dazu ach du scheiße wie viele sind da drin fressen wir das da und nochmal das da aber wir haben ganz viel Licht gehabt für uns das war cool ich lasse hier zwar relativ viele Erze momentan liegen aber ganz ehrlich ich kriege ja auch nicht alle also alle werde ich das safe nicht bekommen aber ich bin halt einfach zu dumm um die irgendwie zu kriegen tschüss hier kriege ich auf jeden Fall noch ein paar aber ist schon das Inventar voll siehste einfach hier einmal durchbauen eben und rabum und rabum auch kein Platz mehr würde ich sagen würde ich hier den Teleporter aufbauen und verkaufen siehst anders aus ja passiert zack wir kaufen uns hier ein Teleporter wieder Dynamit jetzt es geht ins Geld mit den Leitern können wir uns wahrscheinlich auch wieder was kaufen ne die Gerüstung und Supertank ja komm wir holen uns die Rüstung dann werden wir nochmal ein Leben mehr das ist ganz gut so da haben wir genug Leben warte mal hier haben wir noch hier rechts noch eins liegen gehabt danke hmm andere Idee das war nicht meine Idee jetzt egal holen wir uns den hier ein Brunner so bye bye boah regen die auf ey halleluja so von oben krieg ich nämlich das Erz hier hehehe den da kaputt machen dann krieg ich das Erz hier noch au genau so wollte ich mich das holen nice einmal durchrasen immer durchlaufen einfach haben wir hier eigentlich auch schon fast alles tja Slater bist du zu langsam gewesen müsste ich eigentlich theoretisch auch schon wieder nach oben ach nicht nach oben nach unten weiter na ja so geht's auch und man könnte auch wieder nach oben verkaufen gehen das könnte man auch tun weee ich habe wieder vier oh Gott bin ich hier hier sind ja auch kaum Erze mehr was soll denn das kabumm jawoll hier sind ja keine Erze mehr jetzt habe ich oben irgendwo Erze übergelassen ja genau spring mir das dann nochmal alles auf hier oben ist noch eins ne so da krieg ich's da krieg ich das Erz mein Auge tränen tatsächlich die ganze Zeit das ist irgendwie nervig aber was soll ich machen hier hin da hin dann bohren wir das hier auf zack kabumm machen wir hier jawoll 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 ja hol weg die Kacke da oh das ist nicht so geil nee das ist gar nicht geil boah der Sack hat er mich noch getroffen ach man ach das wollte ich gar nicht ich bin gleich tot ich sollte dringendst nach oben wo war mein Teleporter wo war mein Teleporter bin ich da rüber jep oben war irgendwo mein Teleporter no no boah dann kann man echt hoch springen ha ausgetrickst falsche Seite und ich muss nie sind ja ja ui ei 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 mhm jawoll boah ey anstrengend hier sehr ungewöhnliches Erz ja erst mal leben voll kaufen äh und ja wie halt dynamit und leitern alles mögliche ah eben kurz auch mir mein Auge reiben hier aber diesmal mit dem T-Shirt ey was ist das denn irgendwie das ist wie der Jinx damals aus der Forest äh Aufnahme Session immer wo ich gehen musste weiß ich noch da gab es eine Aufnahme Session da musste ich immer gehen dann gucken wir erstmal bei Clyde hieß der Clyde ich glaube der hieß Clyde ne Dandy äh was können wir uns denn bei ihm kaufen super Rüstung auf jeden Fall dann oh auf jeden Fall ja ja können wir beides kaufen ne nice 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 das ist natürlich nice sonst haben wir bei ihm alles bei ihr können wir wahrscheinlich nichts kaufen ne ja bei ihr können wir immer noch nichts zu machen irgendwie das ist die wiederbelebtante ähm zack bäms Falsche den gibt es ja für uns nicht mehr müssen wir mal gucken wie die Tür ey zack nochmal zack ist richtig schlimm hier sag mal ey wie soll ich denn solche Erze bekommen außer mit Dynamit ist doch elendig ja wobei er bringt halt auch mehr ne so nur noch diese Dinger hier ey und da haben wir ne Höhle ja oder so können wir auch einfach durch was hat mir das jetzt gebracht rein geht gar nichts außer dass ich hier durch kann na lass mir die mal die Erze abbauen na gut das ist natürlich jetzt nice jetzt können wir uns äh mehr Kram schraufen ähm ja noch mehr Kugeln gefällt mir gefällt mir hm ich komme ich da jetzt nur durch das war knapp das war knapp das war knapp wie bis republic so vielleicht wir wie die wir alles ich bin in sicher da vielleicht wir